Der alte Kirchturm am Aschenbacher Hof Der Aschbacher Hof liegt südlich von Kaiserslautern und nördlich vom Trippstadt im Felser Wald auf einer Anhöhe über dem Aschbachtal. Der Turm, den wir sehen, gehörte zur spätgotischen ehemaligen Kirche St. Blasius aus dem 14. Jahrhundert. Der Turm erinnert an einen Wehrturm aus der Zeit der Romanik. Vom Rest der Kirche ist nichts erhalten. Urkundlich erwähnt wurde die Siedlung als Asbach zum ersten Mal im Jahr 1215. Sie war Pfarrsitz der Herrschaft Wielenstein in der Grafschaft Falkenstein, deren Burg Wielenstein gut vier Kilometer südlich als teilrestaurierte Ruine oberhalb des Karlstals bei Trippstadt erhalten ist. Unsere weitere Fahrt führt uns dann durch das Hirschsprungtal Richtung Johanneskreuz. An im Hintergrund. Das ist das. Wollen Sie sich nicht mehr als Saltsal – die Zielegich und alle die Zielegich und alle Gäste sind die Zielegich und alle Gäste sind die Zielegich. Vielen Dank.